Was ist medizinische Thermographie? Die medizinische Thermographie ist eine Art der Bildgebung, mit der potenzielle Probleme im Körper identifiziert werden. Als diagnostisches Instrument erfasst die Thermographie Infrarotbilder auf der Grundlage der Durchblutung und der Brennpunkte oder Wärmepfade eines Patienten. Es erzeugt keine Strahlung wie Röntgenstrahlen, kann aber durch seine Infrarotkameratechnik, die Wärme und Bewegung aufzeichnet, Anomalien auffangen, anstatt statische Bilder aufzunehmen. Einige Praktika verwenden die medizinische Thermographie allein als diagnostisches Hilfsmittel, während andere sie in Kombination mit Röntgen, Mammografie und anderen bildgebenden Verfahren einsetzen. Scans mit medizinischer Thermographie erzeugen mehrfarbige Bilder, die über das gesamte Spektrum hinweg von hellen rosa und rot bis hin zu blau und gelb reichen. Jede Farbe gibt einen Temperaturbereich im Körper an, und bei der Interpretation der medizinischen Thermographie müssen normalerweise Farbformationen mit zuvor aufgezeichneten oder diagnostizierten Unregelmäßigkeiten auf dem Gebiet der Thermographie übereinstimmen. Es gibt sozusagen Schlüssel, die das Vorhandensein von Wärme und ihren Ort verfolgen und Hinweise für die Diagnose von Patienten geben. Obwohl die medizinische Thermographie bei der Lokalisierung und Lokalisierung von Schmerzzentren sowie bei anderen medizinischen und sogar zahnärztlichen Untersuchungen eingesetzt wird, wird sie häufig als Instrument bei der Früherkennung von Brustkrebs erwähnt. Es gab einige Kontroversen über die Wirksamkeit der Thermographie bei der Früherkennung von Krebs. Einige Praktiker loben die Verwendung der Thermographie-Technologie zur Aufnahme von Bildern von Brustgewebe, da die Thermographie keine Strahlung auf die Patientin überträgt und es in einigen Fällen gelungen ist, Tumore im Frühstadium zu erkennen. Studien der Nationalinstitutes Aufheld und der US-amerikanischen Food and Drug Administration haben jedoch ergeben, dass die medizinische Thermographie nicht empfindlich genug ist, um Anzeichen für Brustkrebs im Frühstadium zu finden. Sowohl die Nationalinstitutes Aufheld als auch die US-FDA sind zu dem Schluss gekommen, dass sie nicht als Ersatz für Mammogramme verwendet werden sollten, die Rindgenstrahlung verwenden, sondern dass sie für einige Diagnosen bei Verwendung mit anderen Untersuchungsverfahren ein begrenztes Hilfsmittel darstellen können. Fortschritte in der medizinischen Thermographie führten zur Verwendung von Wärmebildern zur Analyse von Problemen wie extrakranielle Gefäßerkrankungen, Gefäßerkrankungen und neuromuskuloskeletale Störungen. Wärmewege und Blockaden zeigen Entzündungsbereiche und mögliche Behandlungsmuster. Heile Praktiker nutzen die Wärmesensorfunktionen auch für gezielte Massagen und Anpassungen, um Patienten mit akuten Schmerzen Linderung zu verschaffen. Die Thermographie ist keine neue Technologie, aber die Kontroverse über ihre Wirksamkeit als diagnostisches Instrument für Brustkrebs kann zu neuen Studien und hilfreichen Entdeckungen für die Zukunft führen.